Guten Abend, liebe Freunde des Abend-Talks. Ja, hier ist der Abend-Talk mit Norbert Giesow. Ich bin Astrologe und Autor in der Nähe von Kiel und berate Menschen seit über 30 Jahren in allen möglichen Lebenslagen. Und heute am 31. Oktober, ein Donnerstag, ist ja Reformationstag und Halloween. Aber interessanter für mich ist, dass heute auch der letzte Tag des Monats Oktober ist. Und damit ist es an der Zeit, einmal auf den November zu schauen, was denn der November uns aus astrologischer Sicht so an Energien und Konstellationen bringt. Und damit geht es jetzt los. Ja, wir hatten ja am Montag, morgen hatten wir Neumond im Skorpion, die tiefste Konstellation, die der Tierkreis zu bieten hat. Das tiefste Zeichen Skorpion. Und der Neumond, der ja auch tief ins Unbewusste geht, hat einen neuen Zyklus begründet, der 29 Tage dauert und der dann mit dem Neumond im Schützen am 26. November endet. Also dieser Sonne-Mond-Zyklus läuft also hauptsächlich durch den November mit dem Höhepunkt am 12. November mit dem Vollmond dann mit dem Mond im Stier. Ja, diese Skorpionphase, die Sonne ist ja im Skorpion bis zum 22. November, dann wechselt sie in den Schützen. Diese Skorpionphase hat es ja immer in sich. Es ist die Zeit im Jahr, wo es jetzt wirklich in den Herbst, in den Winter, in die dunkle Jahreszeit geht, wo es früh dunkel ist und die Bäume ihre Blätter verloren haben, wo eben neben dem Neumond im Skorpion auch Totensonntag und Volkstrauertag etc. diese Tage auch in diese Zeit meistens fallen. Es ist die Zeit des Abschieds, es ist die Zeit, sich mit dem Prinzip der Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, dass wir eben diesen ewigen Wandel erkennen und dass nichts, was entsteht, eine Zeit lang bleibt, dass alles auch wieder vergeht, dass auch wir in einem ständigen Wandlungsprozess sind und zwar nicht nur unser Körper, sondern auch unsere Gedanken und Gefühle und dass wir uns im Skorpion eben auch mit dem Prinzip des Todes auseinanderzusetzen haben, dass alles auch einmal endet bzw. sich im Grunde eine Energie in eine andere verwandelt. Der Energieerhaltungssatz ist auch hier gültig. Nichts geht endgültig verloren, es ändert nur seine Form, die da die Form, die eben gebildet wird von Energie, von Geist, von Bewusstsein, dann wandelt es sich in eine neue Form und trotzdem gilt es dann auch, den Abschied oder das Ende ins Auge zu fassen, wenn es eben auch dann darum geht, sozusagen, dass wir auch irgendwann ja unsere Form sozusagen ändern oder aufgeben. Außerdem hat der Skorpion viel mit Zwängen und Ängsten zu tun, allen möglichen Dingen, die unserem Fortschritt, unserer Entwicklung, unserer inneren und auch äußeren Freiheit im Wege stehen. Deswegen eben auch dieses Prinzip der Wandlung, der Transformation, dass wir, um in eine höhere Energie zu kommen, in einen besseren, helleren Zustand, dass wir dafür eben all das aus dem Weg räumen müssen, was dem entgegensteht. Und das sind vor allem innere Prägungen, Ängste, Schattenthemen allgemein, auf die wir in dieser Zeit eben auch verstärkt hingewiesen werden. Und deswegen kann das auch eben als unangenehm empfunden werden, weil wir sozusagen ja nicht so gerne auf diese dunklen Seiten schauen. Lieber haben wir es alles schön hell und freudig. Aber damit wir es hell und freudig haben können, gilt es eben, diese Bereiche anzuschauen, uns damit auseinanderzusetzen und sie im besten Falle umzuwandeln, um die darin gebundene Energie freizusetzen, damit wir diese eben zur Verfügung haben. Wenn wir auf die astrologischen Konstellationen schauen und hinten anfangen, dann steht uns ja am 12. Januar des nächsten Jahres, also 2020, die Konjunktion von Saturn und Pluto im Steinbock ins Haus. Diese sehr, sehr wichtige Konstellation begründet dann das Ende des Saturn-Pluto-Zyklus und den Beginn eines neuen Zyklus, der sehr viel mit Verantwortung zu tun hat, mit Wandlung, Wandlung sowohl kollektiv wie individuell und damit wirklich die Dinge loszulassen und uns davon zu verabschieden oder umzuwandeln, deren Zeit gekommen ist. Und das gilt eben im globalen wie auch im persönlichen Bereich. Und schon am 2. Dezember wechselt der größte Planet unseres Sonnensystems, der Jupiter vom Schützen, in den Steinbock. Das heißt, ab Dezember mischt auch Jupiter im Steinbock mit und wird dann im Laufe von 2020 auch Kontakte und Verbindungen mit Saturn und Pluto eingehen, was der ganzen Geschichte noch mehr Energie gibt und wo es dann auch darum geht, diesen Stirb- und Werdeprozessen auch einen tieferen Sinn zu verleihen. Und diesen Monat im November haben wir also noch Jupiter dann in den letzten Graden seines eigenen Zeichens, dem Schützen, wo es eben noch mal darum geht, dass wir eben auch tief in die Sinnhaftigkeit unseres Lebens schauen und vielleicht gibt es ja das eine oder andere Projekt, was wir in diesen Wochen noch anschieben wollen. Ja, diese Saturn-Pluto-Konjunktion wirft ihre Schatten voraus. Saturn und Pluto sind beide direktläufig, laufen jetzt aufeinander zu, verringern ihre Distanz immer mehr, bis sie ja dann im Januar, wie eben gesagt, zusammentreffen werden. Und in diesen Tagen, und das konnten die Leute, die meine Tagesoboskope verfolgen, ja auch schon hören, ist es so, dass der Mars in der Waage das Quadrat zum Saturn und zum Pluto macht, das Quadrat zum Saturn ist schon gewesen und Mars ist auf der Waage ins Quadrat zum Pluto. Dieser Aspekt ist am 5. November exakt und damit verbindet Mars schon mal die Energie hier von Saturn und Pluto und gerade auch Mars-Pluto bedeutet eben auch, die Energie zu nutzen, um diese Themen der Wandlung in uns anzustoßen. Kann aber auch sein, dass wir ja auch mit heftigen Energien zu tun haben, die sich auch in unseren Inneren zeigen können, dass bestimmte Lebensthemen, die bei uns im Dunkeln liegen oder die uns zu schaffen machen, dass diese jetzt durch Mars-Pluto nochmal massiv angestoßen werden, was ja auch gut ist, weil dadurch ist auch die Energie da, diesen Dingen auf den Grund zu gehen und sie gegebenenfalls dann auch umzuwandeln. Außerdem ist es so, dass jetzt heute Merkur, der schnelle Sonnenbegleiter, seine Phase der Rückläufigkeit begonnen hat. Im Ende Skorpion ist Merkur für die nächsten drei Wochen rückläufig. Er wird am 20. November wieder direktläufig werden. Und dieser Merkur im Skorpion, den man auch so ein bisschen als Sherlock-Holmes-Konstellation bezeichnen könnte, weil Merkur, der Denker und Kommunikator, hier im Skorpion in die Tiefen geht und sich dann bemüht, in den Tiefen Geheimnisse aufzudecken oder eben auch tiefer zu gehen in seinem Wunsch nach Wissen und Erkenntnis. Und in seiner rückläufigen Phase haben wir in den nächsten drei Wochen die Chance, über bestimmte Themen noch tiefer nachzudenken, ihnen auf den Grund zu gehen, uns mit anderen auszutauschen oder in unseren Therapien oder Wandlungsprozessen eben auch da noch tiefer zu schürfen. Nicht besonders günstig ist es in dieser Zeit, endgültige Entscheidungen zu treffen. Da würde ich eher das Ende des Novembers abwarten. Es kann sein, dass mit dem rückläufigen Merkur, Mars, Pluto und der Skorpion-Energie durch die Sonne, dass hier auch alte Themen, die vielleicht schon ein Jahr oder länger in uns schwirren oder in unserem Leben sind, dass die nochmal aufgewählt werden, dass die nochmal nach oben kommen, nochmal angeschaut werden sollen. Und erst wenn wir das getan haben und die damit verbundenen Erkenntnisse und Informationen eingesammelt haben, erst dann ist es für uns vielleicht möglich, aufgrund dessen Entscheidungen zu treffen oder unseren Weg konsequenter in eine bestimmte Richtung zu gehen. Außerdem ist es mit dem rückläufigen Merkur nicht unbedingt günstig, größere Kaufentscheidungen zu tätigen oder Verträge zu unterzeichnen. Hier gilt es irgendwie sehr achtsam zu sein, wenn das unumgänglich ist. Und am 11. November ist es so, dass der rückläufige Merkur und die immer vorläufige Sonne sich im Skorpion begegnen werden. Das ist sogar ein Merkur-Durchlauf über die Sonne, nur mit Ferngläsern zu beobachten. Etwas, was nicht so häufig vorkommt, alle paar Jahre mal. Das heißt, Merkur steht dann direkt vor der Sonne und bildet in dem Sinne eine doppelte Konjunktion mit ihr. An dem Tag ist es so, dass natürlich Sonne und Merkur in einem Grad des Skorpions kurz vor dem Vollmond dann, einen Tag später, nochmal die ganzen Themen, die ich eben angesprochen habe, absolut in den Fokus bringen und uns damit nochmal konfrontieren. Ähnlich dann auch der Vollmond am 12. November, der diese Konstellation natürlich in sich drin trägt und wo wir vielleicht nicht unbedingt alles rational erklären können oder nicht alles analysieren können, sondern manches bleibt eben auch rätselhaft oder unergründlich, zumindest vorerst. Und hier gilt es eben auch zu erkennen, wo uns Ängste, Zwänge, alte Glaubensmuster daran hindern, unseren natürlichen Rhythmus uns selbst zu finden. Und das ist besonders interessant, weil ja alte Glaubensmuster, alte Denkmuster oft durch die Prägung in der Kindheit oder durch Prägung der Erfahrung in uns eingeprägt, einprogrammiert werden und damit unser Leben bestimmen. Denn wenn wir etwas glauben und für richtig halten, dann denken, fühlen und handeln wir dementsprechend. Und wenn das auf einer falschen Vorstellung beruht, dann handeln wir eben nicht in dem Sinne, wie es für uns ideal oder heilsam wäre. Und diese alten Programme und Muster zu erkennen, ist eben die Grundlage dafür, diese danach umwandeln zu können. Am 1. November, also morgen bereits, wechselt Venus, verlässt den Skorpion und läuft vor in den Schützen, die sie im Laufe des November völlig durchläuft. Bereits am 26. November geht dann die Venus weiter in den Steinbock. Kurz vorher, am 24. November trifft sie dann nochmal am Ende des Schützen zusammen auf Jupiter, der ja auch dabei ist, in Steinbock zu wechseln. Und die Sonne wechselt, wie gesagt, am 22. November, am 24. an Venus auf Jupiter. Im Schützen da, also Ende des Skorpions, kurz vor dem Eintritt in den Schützen, das ist noch eine normale Möglichkeit, auch die Dinge, die wir positiv empfinden, zu stärken. Da kann auch die Möglichkeit für großes oder kleines Glück da sein, was auch immer das für uns persönlich bedeuten mag. Und die Venus, wie gesagt, am 1. November mit ihrem Eintritt in den Schützen, bringt eben schon eine leichtere Venus, die die Last im Skorpion etwas ablegt, die hier im Schützen sich freier bewegen kann, wo es mehr um Erkenntnis geht, um Erfahrungen, um darin auch mit den Feuerzeichen wieder mehr Begeisterung, Idealismus und Optimismus in unser Leben, aber auch in unsere Beziehung zu bringen. Hier ist es tatsächlich möglich, dass hier schon einige Schritte des Fortschritts passieren. Ja, im Schützen macht die Venus dann am 14. November ein Quadrat zu Neptun, ein besonders spiritueller Tag, wo wir nur aufpassen müssen, dass wir uns in unseren Gefühlen nicht in Illusionen oder Verblendungen verlieren. Und dann am 19. November wechselt Mars dann von der Waage, von der ungeliebten Waage in den Skorpionen. Mars ist ja Altherrscher im Skorpion, wurde ja damals durch Pluto abgelöst, hat aber immer noch hier seine Bedeutung im Skorpion. Er hat eben viel zu tun, auch mit Triebkräften, mit Ängsten, mit Machtthemen. Mars ist hier in seinem Zeichen. Er kann hier seine Projekte unter, also im Geheimen umsetzen und durchsetzen. Es gilt hier vorsichtig zu sein, wo es um Manipulation geht, wo es darum geht, dass wir auf Kosten anderer unsere Dinge durchdrücken. Andererseits mit Mars im Skorpion dann auch die Möglichkeit, diese tiefgreifenden Transformationsprozesse wirklich aktiv voranzutreiben. Also in der November, also eine Zeit, wo wir massiv an unseren Themen arbeiten können, um eben den Weg freizumachen, dann für die Schützezeit, wo die Venus eben schon jetzt vorgelaufen ist. Dann, 20. November, Merkur wird wieder direktläufig, dauert dann ein paar Tage, bis er wieder dann richtig im Gange ist. Ab dem Zeitpunkt aber können wir wieder etwas klarer nach vorne denken. Dann zwei Tage später, am 22.11. endet dann auch die Zeit der Sonne im Skorpion. Sie wechselt in den Schützen. Es beginnen dann die 30 Tage vor der Wintersonnenwende, vor dem Weihnachtsfest, wo es eben stark um Erkenntnisse geht. Darum geht, das vergangene Jahr innerlich und äußerlich auch abzuschließen in gewisser Weise. Zumindest erkenntnismäßig. Was habe ich gelernt? Wo sind die Themen, an denen ich noch zu arbeiten habe? Was für Visionen und Ausblicke gibt es für die Zukunft? Was sind Dinge, die mich optimistisch und positiv stimmen können? Und das wird dann am 24.11., wie bereits erwähnt, durch die Konjunktion der Venus auf Jupiter, Ende Skorpion, nochmal betont. Am 24.11. dann Mars im Skorpion in Opposition zu Uranus, der sich ja endgültig seit diesem Jahr im Zeichen Stier befindet. Diese hochexplosive Konstellation bietet zwar die Möglichkeit zur Befreiung, aber eben auch die Möglichkeit für starke Übersprungsenergien, für unkontrollierbare Energien. Hier gilt es sehr vorsichtig zu sein, was wir denn von dem, was in uns aufsteigen will, nach draußen bringen. Ob wir das wirklich auf andere projizieren wollen. Hier gilt es eben wirklich sehr, sehr achtsam zu sein. Dann am 26.11. wechselt dann die Venus in den Steinburg. Kurz danach, eben im 2.12., folgt ihr Jupiter. Das heißt, Venus und Jupiter spielen dann auch im Steinburg-Konzert mit. Dann am 26.11. endet dieser von mir am Anfang angesprochene Sonne-Mond-Zyklus im Skorpion. Und der ist dann im Schützen, im 4. Grad des Schützen, beginnt dann der neue Sonne-Mond-Zyklus am 26.11., der eben vor allem die Möglichkeit zu tiefen Erkenntnissen bietet und eben uns vor allem die Königsdisziplin der Erkenntnisse, die Selbsterkenntnis im großen Maßstab irgendwie ermöglicht. Mit den Konstellationen, die eben um diese Tage herum da sind, die ich ja eben auch schon erwähnt habe. Am Ende des Monats dann macht Venus aus dem Steinburg ein Quadrat für Chiron. Am 27.11. mögliche schmerzhafte Themen in Beziehungen können hier bewusst werden. Und am 27.11. am gleichen Tag mit Neptun dann in den Fischen wieder direktläufig. Dann können auch spirituelle Prozesse wieder mehr in den Fortschritt kommen. Der November, oft irgendwie bei uns scherzhaft mit dem Oktober zu Oktober zusammengefasst, meist ungeliebte Monate, weil es eben dunkel wird und kalt wird, bietet der November uns exzellente Möglichkeiten, Wandlungs- und Transformationsprozesse voranzubringen, unsere dunklen Bereiche zu beleuchten, hier Ressourcen in uns hervorzuholen, aber eben auch die Konfrontation eben mit Schattenthemen, die uns in der einen oder anderen Hinsicht sicherlich auch mal an unsere Grenzen bringen können. Aber nur so können wir eben unsere Grenzen erfahren und diese dann auch gegebenenfalls erweitern. Soweit mein kurzer Überblick über die astrologischen Konstellationen im November 2019. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen und es wird hier auf diesem Kanal sicherlich bald ein neues, vielleicht ganz anderes Video geben. Ich wünsche allen, die das heute sehen, einen schönen Abend und sage Tschüss und bis bald.